Hallo, hier ist Sören. Also, wir möchten jetzt einkaufen gehen. Ja, wir haben einen Einkaufszettel. Sehr gut. Aber ich habe keine Ahnung, was da drauf steht. Manche davon können wir schon vom deutschen Supermarkt finden, aber manche nur im Asia-Laden. Ja, dann gehen wir zuerst zum Asia-Laden und dann zum anderen Laden, oder? Ja, das macht mehr Sinn eigentlich. Achtung. Letztens hat jemand an der Arbeit den Schnuller verloren mit seinem Baby. So, hm, habe ich gedacht, der Schnuller, so lila, das passt zu dem Baby. Habe ich ihn gefragt, ob er den Schnuller verloren hat. Er so, ja. Also, er nicht, aber sein Kind. Aber ich habe echt keine Ahnung, wie ich rauskriegen soll, was ich da jetzt einkaufen muss. Ich habe wirklich gar keinen Plan. Sigo ist Sigo-Gi, Sui-Gogi, irgendwie so. Sway-Gogi. Aber Gogi ist irgendwas mit Fleisch. Ja, das stimmt. Aber was Sway ist, weiß ich nicht, weil das ist kein Tak-Tak, ist Hähnchen. Weiß nicht, ob du mir Schweinefleisch machen lassen würdest, aber Rindfleisch ist das auch nicht. Paar. Paar. Also, übrigens, wir sind schon da. Das ist ein Asia-Laden in der, welche Straße ist das? Kannstraße. In der Kannstraße. Und hier würden wir... Diese vier Sachen kaufen. Genau, diese vier Sachen würden wir hier kaufen. Sok-Cho-Na-Mull. Genau. Und das ist irgendwas, weil Mull ist Wasser, das heißt irgendeine Flüssigkeit. Ah, Mull ist Wasser, deswegen ist das eine Flüssigkeit. Würde ich behaupten, oder? Keine Ahnung. Und das? Und das? Und sie haben ja... Yoga. Sie haben etwas gemeinsam, ne? Ja, hinten die Endung. Genau. Pa-Sos-Sot. Pas-Sot. Pas-Paste. 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 Nein, mach das Sinn. Brauchen wir einen Korb? Ich nochmal an, ne? Was suchst du? Weißt du, was ich mache? Nein. Diese Wörter auf der Liste. Ah. Und ich suche, ob ich irgendwo diese Wörter wiederfinden kann. Das ist eigentlich gar nicht so dumm. Aber auch nicht so schlau. Aber auch nicht so schlau. Op-Sop. Was ist Op-Sop? Was ist nicht vorhanden? Das ist Asabi. Das ist Asabi. Genau. Es gibt trotzdem einen koreanischen Asabi. Ja, schon, wenn dann koreanische Asabi-Paste. Genau. Genau, Asabi-Paste. Dann kaufen wir das. Pyogo. Ja, aber woher soll ich... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Einer ist Shiitake und andere ist... Das ist Moichel das Shiitake. Genau andersrum. Können wir ein paar Laden kaufen? Ich habe wieder Lust auf die hier. Welche? Ah, ja diesen? Ja, gerne für mich. Wie viel? Zwei. Und für dich? Äh, ich brauche nichts. Erstmal nichts. Erstmal nichts? Ja. Was sind? 234. Perfekt. Hast du ein paar gefunden? Sehr gut. Sehr schön. Frühlingszwiebel, also einen Bund. Ja. Dann bedeutet ein Bund. Genau. So, jetzt müssen wir noch rausfinden. Ui. Ui. Was könnte ein Ui sein? Eine Gurke. Vielleicht zufällig. Ganz zufällig könnte es eine Gurke sein. Ja, ehrlich gesagt, ich habe keine Lust mehr so lange abzuwarten, bis du das herauskriegst. Also Ui. Genau. Gurke. Sehr gut. Eine Gurke. Und noch einen Tanggün. So, ich habe immer noch keine Ahnung was Tanggün ist. Tanggün. Zucchini oder sowas vielleicht? Zucchini ist Hobak. Wie ist es? Hobak. Hobak. Tanggün. Die Karotten würde Emily nicht essen. Muss sie essen. Hahaha. So viel. Bitte nicht so viel. Honey, guck mal. Tanggün. Ein Geh. Ein Geh. Ein Geh. Ein Geh. Ja. Genau. Also 100 Gramm Rindfleisch kriegen wir. Und dann. Von dem argentinischen Rumstig zu 100 Gramm. 100? Ja. Das ist zu wenig. Boah, wir können ein bisschen mehr kommen. 100? Ja, jetzt will ich ein bisschen mehr machen dann. Das passt. Das war's. Danke. Das passt. Das reicht ja. Voll cool. Für die Soße. Ja. Dann haben wir alles. Das würde ich mal nach Hause. Und Pizza bestellen. Ja. Machen wir das. Komm. Kochen tun wir morgen. Und morgen kochen. Wirklich? Ehrlich? Ja, morgen Mittag einfach kochen. Ja. Okay. Dann. Okay. Zwei Stunden einkaufen. Das ist der Albtraum. Ähm. Brauche ich irgendwas? Wasser haben wir genug. Vielleicht Bier? Ein Bierchen? Ja. Ich will einen Radler. Radler? Okay. Dann du Radler. Ich nehme normales Bier. Ähm. Bier. Da. Da. Da kennen sie sich aus. Der Bier kommt sieht sich aus. essa. Welche Süßigkeiten. zeugen? Ich zeraus. Ja. Was ist das? Pueñu- Das ist etwas anderes. Pueñu White. Wow. Sieht mega lecker aus. Cool.